Gamescom 2011, Pressetag. Moin Moin, heißt es aus Köln. Wir sind hier für euch, mymtw.com, mein Name ist Deddyless. Ja, XMG-Stand, wir haben am heutigen Tage zunächst nur kleine Interviews und kleine Previews von unseren Partnern. Morgen geht es dann los, endlich mit den großen Spielern wie MoMA, MTV LOL wird da sein, StarCraft 2 wird da sein, Dimaga wird da sein, Naruto wird da sein, FIFA wird am Freitag dazustoßen. Wir freuen uns auf euch, schaltet ein. Vielen Dank.